Die haut da gerade das Ding ein, das ist auch gut. Ja, kauft ruhig Healing Potions und dann demnächst sollten wir mal den Marktplatz abreden. So, jetzt den Marktplatz abreden. Da greift ein Dieb meine Arbeiter an. Du hast dich da hinten auch ganz schön weit vom Schuss herumgetrieben. Du hast zu Glück vier Healing Potions. So, gehen wir auch hier mal. Einen Reward drauf. Die reißt da hinten den Trading Post ein, das ist auch nett. Und ich denke, sobald wir die beiden Sachen eingerissen haben und den blöden Prokussur hier, können wir die Leute mal ein bisschen selber machen und denken lassen. Wir können anfangen, Sachen zu erforschen. Der Gegner kann eh nicht mehr viel machen jetzt, sobald die Elfenbungalow und das Goblin Camp weg sind. Sind unser Hauptproblem nur noch die hier hinten. Der Goblin Overlord zum Beispiel und die beiden Horvitz. So, wir können sogar jetzt Monks anheuern. Ja, die beiden Guardtower, die machen sehr viel aus. Bin ich sehr froh drum. So. So. Blacksmith ist abgebildet. Wir können mehr machen hier. weiter um, die Ratten zerlegen gerade. Die Rosengebäude hier. Und ich glaube wir bringen auch langsam ihre ganzen Passants um, damit sie ihre Gebäude nicht mehr reparieren können. Deine Majestät. Die Royal Treasury ist näherly empty. Ununwelcome. Die Energien der Lichter. Wow, die helfen bei dem Vokuss zu, ne? Also die gegnerischen Diebe. Na, auch gut. Ich glaube, ich werde die Elfenlaunch hier oben jetzt auch mal ausradieren. Und dann sehen wir ja weiter. Und dann sehen wir ja weiter. Und dann sehen wir ja noch ein Monk. Ich bin weg. Ich bin weg. 2 2 12 2 2 2 3 5 Er ist ungewöhnlich. Evil has won. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! The unholy are near. Energies of Light! In the name of the Sovereign! I hope not, that they my Warrior Gate einreißen. That would be ungod. The unholy are near. I said we shall. The one seems to be able to get. The one is cold. The one is cold. It's cold. It's cold. Oh my God. It's cold. The one is cold. The one is cold. Oh, it's cold. It's cold. It's cold. Das war wirklich, wirklich, wirklich knapp, muss ich sagen. Jetzt wird die Elfenlaunch für eingerissen und die Elfenlaunch, äh, die Gambling wollen. So, da ist mein Temple of Doris wieder. Und da ist mein ganzes Geld vom Markt weg. Ich könnte Zwerge anheuern. Klingt besser als die Doris Priester, äh, also als die Mönche. Ach, die Zweige, die klären gerade die Goblin überlebenden Ops. Wer da unten die Rogue-Gelde zerhackt wird. Oh, die produzieren, kriegen trotzdem, äh, passen. So, noch mehr Research und Zwerge jetzt. Das war vielleicht keine so schlaue Idee von dir, direkt von der Zwerg, von dem Zwerg-Zettlement zu spawnen. Sehr schön. So, ich hab zwei Zwerge. So, geh mal auf meinem Palast da unten, dass das Ding in der Mitte ist und es seitlich irgendwie komisch aussieht. Wir haben hier oben fast alles eingerissen, ohne irgendwas zu machen. Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich den Zwer einreißen will, weil Waterpulse könnte doch nervig sein. Und ich merke erst jetzt, dass da Ratten drauf sitzen. Fliegen in Terror vor... Das ist gut. Die Nibis-Gelde direkt neben meinem Dwarven-Zettlement wurde zerstört. Die Gegner daraus sind ausquartiert worden und werden gleich beschossen. Ich kann sogar die gegnerischen Zwerge angreifen. Die werde ich aber wahrscheinlich als letztes, also erst zerstören, wenn hier oben alles andere zerstört ist. Ich glaube, ich werde jetzt bald anfangen, systematisch die Nibis-Gelden auseinanderzunehmen. Oder was heißt systematisch? Ich gebe auf jede Nibis-Gelde den 500er Reward und wir sollen sie einhauen. Meine Zwerge sind doch ja eh dafür zu haben, für sowas. Die Unholy are needed. Energies of Light! Die Corrupted Peasants have taken up arms against you. They are angry at your destruction of their favorite party spots. They should be easily quered, however be careful. Refreshing! Halt! Hold your magic service. Energies of Light! Tax collector! Äh, Peasants? Wo sind Peasants? Halt! 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 My service will not beendet. No fun! Energies of Light! Energies of Light! Refreshing! No fun! Halt! That's over. The Unholy are near. Energies of Light! Halt! Hold your majesty! Refreshing! Also mit der Steinhaut ist die da oben fast unbesiegbar, jedenfalls gegen diese Art von Gegnern. So, noch eine Diebesgilde zerstört, jetzt bleibt nur noch eine Diebesgilde. In the name of the Sovereign! The Max collector! Die Gegnergruppe da unten, die könnte etwas böser werden. Aber zu Glück haben wir da ja einen Ranger, der sich einmischt. Und mit dem Firebomb sogar. Ordentlich. Ach, in dieser Form haben sie sich bewaffnet. Sie sind zum Barbaren geworden. Okay. So viel steht hier ja nicht mehr. Da hinten hat ein Paladin wieder ganz alleine die Goblins ausgelöscht. Das ist auch sehr schön. Naja, entweder sind es noch diese drei Gebäude hier und wir sind fertig. Die Paladin machen gerade wirklich die meiste Arbeit, was aber auch in Ordnung ist. Dafür habe ich sie ja gerade ausgesucht. Die Energien der Lichter! So, ich behalte, Dein Majestät. In the name of the Sovereign! My ambition has made off. That's perfect! Oh, in der Form hat sie sich. Oh, wir haben gewonnen. Hey! Good job, Highness! We are now free of such elven threats as gambling, relaxation, music, culture. Oh, who am I fooling? Hey, Highness! You've managed to deprive this town of all crime, amusement, and entertainment. It's become a wholesome, safe, and dreadfully dull place to live, if you ask me. Okay, outstanding work! Ja, gut. Wir haben das Gebet gesäubert. Und, ja. Yay. Damit die letzte AdWords-Mission abgeschlossen. Ich muss mal hier ganz kurz einen Cut machen, weil ich was gucken muss. Wir sehen uns gleich wieder. des Gebet